Willkommen zurück zu Pokémon Gold. Ich habe meine Karte, die ich terminiert, wie ihr sehen könnt. 3 Pokémon über Level 50. Klar, das hat nicht zu lange gedauert. Meine Liebe Absatz habe ich noch 46. Und unabdrapp aufgegeben, da er erst auch schon besicht, sich noch eine Feuerfacke erlernt. So lange werde ich dann auch nicht warten. So. Ich habe schon gespeichert, muss man sagen. Los geht's. Wir fangen an mit. Ich bin kaum in der Pokémon-Liga-Bemmer. Erlaub ich euch nicht vorzustellen. Ich bin irgendwie. Okay, wir verbanden mit Millian. Ich habe die ganze Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Schließlich habe ich das in den Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verliert es keine Alternative an der Psycho-Pokémon. Ich setze ein. Ich bin gespannt. Oh mein Zahn! Ach, ich kann mich jetzt ein bisschen einfacher machen. Aber ich muss ja bis zum Ende durchhalten. Okay. Ach ja, ich hab keinen Fall, ich hab keine Ahnung, das war ein Eisenspeil. Ja, und das ist... Ja, hier ist noch ein Blitz, ja. Und ja, beim Training hat es mir auf jeden Fall gebraucht, weil da ist ein Eisenspeil. Was soll? Was soll? Der Zeug an die Eisenspeilung auf Bier auf die Eisenspeilung ist. Wiedersehen muss ich auf die Eisenspeilung. Was ist das? Wir können die Eisenspeilung vertreten. Ich habe keine Eisenspeilung. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Gingo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.